Yo, was geht ab Leute, euer Fripsades hier und zwar mit einem neuen super geilen Glitch, wie ihr Godmode haben könnt. Das ist so einfach, also das kann jedes Kind. So, das werde ich euch jetzt zeigen und zwar, was ihr einfach dazu braucht, ist einfach nur ein Auto, euer persönliches natürlich, und einfach nur Passivmodus aktivieren. So, wenn ihr dann soweit seid, aktiviert ihr den Passivmodus und steigt in euer Auto rein. So, wenn ihr drin seid, fahrt ihr kurz zwei Meter vor, drückt Options und joint eurem Freund oder eine neue Session. Es ist scheißegal, aber ich join mal meinen Freund, weil wir möchten ja euch zeigen, dass dieses Ganze auch funktioniert. So. Naja, das ladet mal wieder so lange. Leute, in der Zwischenzeit wollte ich sagen, also wenn ihr eine Crew sucht oder so, also ihr seid bei mir echt gut aufgehoben, also wir sind zur Zeit 50 Crewmember und würden uns freuen, wenn wir die 200 Marke knacken würden, weil wir möchten unbedingt eine große Crew werden und eine Konsolenübergreifende. Also das heißt, egal welche Konsole ihr habt, ihr könnt bei mir rein. Unten in der Beschreibung ist auf jeden Fall ein Link dazu und einfach mal anklicken, rein join, dies, das. So, wenn ihr dann wieder drin seid, steigt ihr in euer Auto. So, ich treffe mich jetzt mit meinem Freund, jawohl, danke, überfahre mich, überfahre mich, ja, 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 überfahre mich, hässlicher Mongo, Drecksfrau. Ja, egal, wir steigen jetzt hier ein, ja, und fahren zu unserem Kollegen, der bleibt jetzt da stehen einfach, ich fahre jetzt zu ihm, ist ja nur ein Kilometer. So, das werdet ihr jetzt sehen, dass dieses ganze Ding funktioniert hat, indem mein Kollege einfach auf mich schießt. Dann werdet ihr sehen, hä, warum explodiert sein Auto nicht, what the fuck? So, so, da ist er und ihr könnt sehen, mein Passivmodus ist aktiviert und ich kann ihn auch umfahren, wie ihr sehen könnt. Also, ich zeige euch jetzt, ich fahre nicht durch und durch, sondern ich überfahre ihn. So, er wirft jetzt auf mich ein paar Haftbomben oder RPGs, kommt halt drauf an, was er hat. So, schmeiß, mein Freund. So, ihr seht, Granate hier, boom, was willst du, hä, mein Auto geht nicht kaputt, hä? Boom, yeah, beste Mann. Ja, ja, nix passiert hier. Ja, der kann auch hier in mein Ding reinwerfen, alles, der kann auch hier in meine Fresse schießen, es passiert einfach gar nichts. Also, das ist das Beste. Also, der Glitch ist so einfach, Leute, ihr könnt jetzt auch sehen, wenn er auf mich schießt. Also, ich fahre jetzt mal wieder zu ihm, er hat leider selbst noch gemacht. Er schießt jetzt auf mich und ihr werdet sehen, dass ich wieder keinen Hit bekomme, nichts. So, er soll mal in meine Fresse schießen, so. Also, das ist hier Schrotflinte und ich sterbe nicht, wie ihr sehen könnt, ist ganz easy. Also, das ist der geilste Glitch der Welt und das geilste ist, ihr könnt die Viecher noch überfahren im Passive-Modus. Also, saugeiler Glitch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like lassen würdet und euren Freunden teilen und abonnieren würdet. Das kostet euch alles nur 3-4 Sekunden, also schämt euch nicht, drückt einfach auf den Abonnier-Button. Also, Leute, haut rein. Ciao, euer FravesH.de